Spinnen Königin Lach, der ist hier nicht so gut Guidan könnten wir noch spielen Sagara hat mir zuletzt auch hier sehr gut gefallen Wir werden... Mal Ganes bannen Keiner will Orpheus spielen, sonst hätte ich sie wahrscheinlich sogar selber genommen Nasebo stimmt uns ein für's Neujahr Wir sind zwischen auch schon Level 34, aber noch weit entfernt von Diversen Regionen, wo man sagen kann, dass man dann Eine Menge Erfahrung hat Oh Take Orpheus Dann wird's wohl die Orpheus sein Nexos Selana Aschalanor Bereit für ein Abenteuer Bereit für den Kampf Bereit für den Kampf Wir werden ein neues Schicksal schmieden Wir werden ein neues Schicksal schmieden Was haben die denn noch nicht, wenn wir den Tank rausnehmen Was haben die denn noch nicht, wenn wir den Tank rausnehmen Das wird noch nicht Aber, wo brauchst du den Tank raus? Wir werden den Tank rausnehmen Wir werden mit einem Schicksal schmieden Sie fahren Die Zuschauer Wir werden den Tank rausnehmen Ist die Tag zu der Tank rausnehmen Ich hab'lap'lap'lutio. Ich rechne jetzt auch mit der Joanna. Ab die Post! Wow, okay. Er hat recht, das kann trotzdem gefährlich sein. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Okay, interessant. Wir können uns trotzdem hart besiegen, soviel steht fest. Ich denke, wenn ich mich... Also, haben wir genug Stun? Das ist halt das Problem. Ich glaube, wir haben nicht genug. Das heißt, wir werden hier entweder den erhöhten Damage vom Q spielen oder wir spielen aufs E. Gut, hier mal wieder zu spielen, wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wissen wir mal schauen. Ich glaube, wir spielen eh Bildschirm. Er hat kein gutes Ende genommen. Und jetzt geht's. Der Kampf beginnt in... 10 Sekunden. 5... 4... 3... 2... 1... Let's beginn. Okay. Wir bringen die Juwelen der Macht zu meinem Altar. Äh, Leute, ihr könnt mich doch nicht hier einfach alleine lassen. Hallo? Alter Schwede, wollt ihr mich verarschen? Warum müsst ihr euch gegen mich stellen? Ich stelle euch in den Schatten. Ich gehe da bestimmt nicht hin. Danke für die Linderung. Na gut. Ich könnte hier noch eine weitere Axt gebrauchen. Was spielt da in der Variant? Okay, könnte er taunt werden. Das böse Lau hat da draußen. Ich bin nicht auf. Viel besser. Quälgeist. Uh, you count. So, setzen. Na gut. Warum müsst ihr euch gegen mich stellen? Ach, viel besser. Schlag diesem Helden den Schädel ein. Jetzt bin ich gereist. Ha! A brutal assault. Mhm. Angenehm erfrischen. Der Moradin schreit die ganze Zeit nach Hilfe, weil unten da jetzt auch der Sgt. Hammer ist. Ist ja taunt gegangen. Schaut da auch was. Ich weiß. Good work. Ja, ich gehe dem mich stellen. Tja. Ah. 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 Es ist cool, dass es gegangen ist, oder? Ja. 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 Danke für die Linderung. Ah. 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 nach. Ah. Ahahah. 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 Ah. Ah! Ich tue was getan werden muss Ja, ich sollte da vielleicht mal hingehen Kann ich so verstehen Dann glaub ich da das Natalie Es ist doch schon, denke ich das So diese ganze Reise bureaucracy означ Das nimmt Geht einfach weg und kommt nie wieder zurück. Angenehm erfrischend. Er kommt schon. Jetzt bin ich gereizt. Das böse Lau hat da draußen. You are wrecking the place. Schade, dass er den König bekommen hat, ist super bitter. Ich stelle euch in den Schatten. Ich weiß. Er hat sie, die Hälfte haben wir schon. Da war, glaube ich, hier die richtige Entscheidung, das zu spielen. Die Spinnen werden euren Feind unterstützen. Ich stelle euch. Ich stelle euch. Ich bin nicht mehr schnauert. Ich bin nicht mehr schnauert. Autsch Nice 30 Ja wir sollten das mal defenden Meine Netzweber sind gefallen, sammelt Juwelen, sonst wird euch dasselbe Schicksal ereilen Zerstört ihre Konstrukte, holt mir die Juwelen der Macht zurück, zeigt keine Gnade Das sollte den gegenwachsenen durch eine kleine Kugel führen Sehr gut, ha, viel besser Hat er nur einen Kill bekommen, gar nicht mal so gut. Guck, meine Macht gehört wieder mir. Ich stelle euch in den Schaden. Nice job, Team. Zieht aus, Netzgeber. Netze ich alles nieder, was euch im Weg steht. Ah, das war gut. Jetzt bin ich geracht. Angenehm erfrischend. Good work. Fort destroyed. Fort destroyed. Keep it up. All right, we'll get in the next step. Okay, cool. Angenehm erfrischend. That guy didn't read the patch notes. Es ist vorbei. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Oberhand. So, I wanna checken. So, I wanna checken. Na, kommen die noch defenden oder lassen sie es? So, you are untouchable right now. So, I wanna checken. So, I will. So, I wanna checken. 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 No, I wanna checken. Ich stelle euch in der Schacht. Sehr schön. Wir haben wirklich nur rumgetreut, glaube ich. Sehr schön. Immer mover den Punkt. Ja, das war ein geschenkter Sieg, weil es gegen das Team auch ganz schön scheiß gewarftet hat, gehabt. Schauen wir mal rein, ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Hat gepasst, schön viel Schaden gemacht, schnell gestackt gewesen, so muss das gehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder, weil mehr gibt es hier jetzt nichts zu sagen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschö!